Jedem sollte es bewusst sein, dass wir mit unserer Miete die Rendite der Aktionäre bezahlen. Steitzhob in Hamburg. Hier leben viele Rentner und Geringverdiener. Der private Wohnungskonzern Vonovia besitzt im Stadtteil 2050 ehemalige Sozialwohnungen und will sie modernisieren und die Mieten erhöhen. Die Bewohner wehren sich. Dort sollen die Mieten bis zu 40, 50 Prozent ansteigen. Und das ist einfach nicht bezahlbar für die Menschen, die hier wohnen. Wohnen als Ware. Der Film Soul City. Die Hamburger Regisseure Leslie Franke und Herdolo Lorenz zeigen an vielen Beispielen, welche Folgen der freie Markt in den Großstädten hat. Dass die Leute, die arbeiten in der Stadt auch, dort nicht mehr leben können. Also das hat uns, also hat mich ganz besonders mitgenommen, muss ich sagen. Und die Methoden. Und dass die staatlich gedeckt sind. Im Film zeigen Mieterinnen aus Steitzhob die Schäden in ihren Wohnungen. Fast alle haben kaputte Balkone, feuchte Wände oder Schimmel. Das ist richtig feucht. Wenn es regnet, dann merke ich das, die Tapete wird richtig feucht. Ich habe hier schon angerufen. Die haben gesagt, es wird dauern, bis da jemand kommt. Aber es ist schon zwei Jahre her und da ist noch keiner gekommen. Eigentlich müsste der Eigentümer die Häuser sanieren, ohne dass Mieten deshalb erhöht werden. Steitzhob ist ein ganz, ist eben ein super Beispiel dafür. Das waren vorher auch gemeinnützige soziale Wohnungen. Und die sind sehr verfallen gelassen worden. Und Vonovia geht jetzt hin und sagt, was sie machen, ist eine Modernisierung. Das ist der Trick. Wenn man die Sanierung als Modernisierung verkauft, kann man die Miete erhöhen. Bis zu 50 Prozent. Viele Städte haben staatliche Grundstücke verkauft oder Vorkaufsrechte nicht genutzt. Der soziale Wohnungsbau wurde stark reduziert. Seitdem entscheidet der Markt. Nicht mehr der soziale Zweck des Wohnens ist das Wichtigste, sondern die Rendite. Mit der Aufhebung der Wohngemeinnützigkeit wurden sofort in den nächsten zwei Jahren vier Millionen Häuser dem Markt zugeführt. Vier Millionen in Deutschland. Und die wurden sämtlich von privaten Konzernen aufgekauft. Das war die Initialzündung sozusagen. Und da fing die ganze Geschichte an, dass mittlerweile eben Vonovia ein Riesenkonzern ist, der den Wohnungsmarkt dominieren kann. Ein Wohnhaus in Berlin. Der Eigentümer würde es gerne abreißen für Luxus-Apartments. Die meisten Wohnungen stehen schon leer. Die letzten Mieter, so der Verdacht, sollen mit dubiosen Methoden vertrieben werden. Wohnungen wurden aufgebrochen, Mobiliar zerstört. Badezimmer haben sie auch zertrümmert. Jetzt wollen sie da gleich nochmal gucken. Ich weiß es nicht. Also der steht, der stand hier ganz normal. Und die Sachen sind zerstört, die drauflagen zum Teil. Alles ist verwüstet. Offensichtlich sind heute hier, ob mit Zustimmung oder auch Veranlassung des Eigentümers Personen eingedrungen, die teilweise Türen eingeschlagen, eingetreten haben. Und auch Badezimmereinrichtungen. Das ist unser Haus. Scheiß auf die Rendite. In Berlin wehren sich viele Menschen. Eine Volksinitiative kämpft dafür, dass die großen Wohnkonzerne enteignet werden. Damit Wohnungen und Grundstücke der Gemeinschaft gehören. Hallo, wir! Enteignen! Adon! Enteignen! Bobimio! Enteignen! In Ihrem Abschlussbericht kommt die Kommission zu dem Ergebnis, die Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin ist möglich. Es geht nicht nur um die Häuser, sondern es geht um den Grund und Boden. So, der soll wieder zurück sozusagen in kommunale Hand. Das Ganze soll vergesellschaftet werden. Das heißt, dass verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft darüber entscheiden, was und wie Wohnraum entwickelt und geplant wird. Und das ist eine super Lösung. Aber es geht auch anders, wie die Stadt Wien beweist. Zwei Drittel der Wohnungen müssen gefördert gebaut werden, zu einem gedeckelten Preis, sodass die Kaltmieten 5 Euro nicht übersteigen. Private Investoren schreckt das nicht ab. Es wird trotzdem gebaut auf städtischem Boden. Spekulation und Ghettoisierung gibt es nicht. 75 Prozent der Wiener Bevölkerung hat Zugang zum sozialen Wohnungsbau. In Wien haben sie eben systematisch seit Jahrzehnten daran gearbeitet, die Mieter zu schützen. Sie haben nicht den Boden verkauft. Im Gegenteil, wie Leslie gesagt hat, sie haben Boden dazu gekauft. Ein Großteil des Wiener Bodens gehört inzwischen der Stadt. Das kommt auch der gesamten Wirtschaft zugute. Weil Leute, die keine Angst haben müssen um ihre Wohnung, Leute, die nicht immer mit hohen Mietsteigerungen zu rechnen haben. Also sie können viel mehr machen. Sie können ausgehen, sie können essen gehen, sie können in Ferien fahren. Also wenn der Mietpreis niedrig ist und auch da bleibt. Es gibt also Wege, Wohnen für alle erschwinglich zu machen. Das zeigt der Film Soul City. Die Forderung der Filmemacher, die Politik muss endlich handeln.